In diesem Training wollen wir uns noch einmal mit dem Umstellen von Formeln beschäftigen. Wir werden das anhand zweier Beispiele machen. Das sind sehr einfache Beispiele. Das erste ist die Formel für den größtmöglichen Verbrennungsraum, der sich zusammensetzt aus dem Raum, den der Kolben durchstreift, wenn er sich von UT nach OT bewegt. Das ist der Hubraum VH eines Zylinders und dem Verdichtungsraum VC, der sich oberhalb von OT befindet. Hier sieht man das noch einmal dargestellt. Um diesen Raum geht es. VBmax gleich VH plus VC ist die Formel. Wir wollen jetzt einmal diese Formel umstellen nach dem Hubraum, also dem Raum, der vom Kolben überstrichen wird, wenn er sich von UT nach OT bewegt. Wir machen das jetzt in aller Ausführlichkeit. Und zwar geht es im Grunde genommen einfach darum, dieses VH alleine auf einer Seite stehen zu haben im Endeffekt. Wir haben eine Gleichung, also müssen wir immer auf beiden Seiten der Gleichung, das ist eigentlich unsere oberste Regel, das Gleiche tun. In unserem ersten Fall hier müssen wir jetzt sehen, dass wir das VC auf der rechten Seite verschwinden lassen. Und wie können wir das tun? Da steht plus VC. Wir können rechnen minus VC. Das müssen wir jetzt auf beiden Seiten tun. Dann steht auf der linken Seite VB minus VC. Ganz ausführlich natürlich hier geschrieben, aber am Anfang vielleicht hilfreich, um zu sehen, was passiert. Auf der rechten Seite steht dann VH plus VC minus VC. Und klar und richtig, plus VC minus VC gibt 0. Also fällt plus VC minus VC aus der Gleichung heraus. Es ergibt sich VBmax minus VC gleich VH. Es ist eine Gleichung, also kann ich die rechte und die linke Seite vertauschen. Es ergibt sich VH gleich VBmax minus VC. Ein zweites Beispiel. Die Formel für die Kraft F, die sich in einem Zylinder ergibt, aus der Fläche A des Kolbens und dem Druck P, der im Zylinder herrscht. Jetzt also hier ein Produkt, A mal P. Und wir wollen jetzt dieses Produkt auflösen und die Formel nach A umstellen. Wir sehen sofort, P muss verschwinden. Das heißt, jetzt können wir nicht minus P rechnen, denn wir haben hier ein Produkt, also müssen wir geteilt durch P rechnen. Ihr werdet jetzt sehen, warum das so ist. Wir schreiben ganz ausführlich die Gleichung auf. F geteilt durch P ist gleich A mal P geteilt durch P. Nun, in dem Fall kürzt sich jetzt P durch P aus der Gleichung heraus und es bleibt übrig F geteilt durch P gleich A. Es ist wieder eine Gleichung. Ich kann die Terme tauschen und komme zu meiner fertigen Gleichung A gleich F geteilt durch P. Ich kann die Terme tauschen und die Terme tauschen.